Mein Name ist Thorsten Janning. Ich bin SAFE Fellow und SAFE Program Consultant Trainer. Das heißt, ich berate und begleite Unternehmen dabei, agile Transformationen erfolgreich in die Tat umzusetzen und trainiere die Leute in ihre Rollen hinein, dass sie die Transformationen von innen heraus begleiten können. Dieses Jahr halte ich mit Carolin Schmidt zusammen einen sehr spannenden Vortrag auf dem Global SAFE Summit. Unser Vortrag geht darüber, dass wir Erfahrungen damit gemacht haben, wie wir moderne Design Thinking Methoden in dem doch irgendwie etwas angestaubten Strategieprozess anwenden können, wie wir ihn halt in den vielen Unternehmen in unseren Kundenkontexten vorfinden. Das heißt, wie kriegen wir mehr Bewegung, wie kriegen wir mehr Modernität, wie kriegen wir auch mehr Kreativität in diesen Strategieprozess rein. Und über diese Erfahrungen wollen wir berichten, wir wollen Erfahrungen austauschen, wir wollen Leute treffen, darüber zu sprechen. Das ist deswegen auch wirklich ein typischer Vortrag für uns Grigonesen, weil unser Anspruch ist ja, dass wir inhaltliche Führerschaft bei der Anwendung des Frameworks haben. Und an dieser Stelle ist das Framework tatsächlich mit dem Portfolio Prozess gerade einen Schritt weiter gekommen. Aber wie wir im Vorfeld dieses Portfolio Prozesses tatsächlich die Strategieentwicklung auch wieder agil und mit Lean-Techniken machen können. Da ist halt im Framework noch nichts beschrieben. Da kommen unsere Erfahrungen jetzt rein und deswegen ist es das typische Beispiel für diese Thought Leadership, die wir gerne beanspruchen. Deswegen, wir sind auf dem Summit. Wir haben dort auch einen Stand. Ihr könnt uns auf dem Stand besuchen. Ihr könnt uns in der virtuellen Villa besuchen. Ihr könnt uns anrufen und schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Erfahrungsaustausch, auf weiteres Lernen mit euch und habt viel Spaß auf dem Summit.